Die ältesten Kameraden an die Handbohrspritze gestellt. Der Bürgermeister und andere Gastbären haben es ja schon gesagt, wir haben das seltene Glück, dass wir die erste Spritze unserer Feuerwehr noch besitzen. Die ist im Grundsatz sogar zwei Jahre älter als die Feuerwehr. Es wurde geschafft, dann hat man mühsam die Bürger überzeugt. Und 1993 gibt es also die Feuerwehr-Team, die dann dieses Jahr hier 115-jähriges betrifft. Ein Beifall für die schnelle Truppe. Vielleicht, ob das Haus abgebrannt ist vor der Feuerwehr, Versicherungen, Brände gegeben hat, die organisiert waren, damit... Wie gesagt, es sind Gerüchte, aber man sieht, die Gerüchte haben immer ein bisschen Wahrheit drin. Weil es hieß da, dass bestimmte Bauherren die Feuerwehr gehindert haben und ausdrücken, indem sie die entsprechenden Getränke bereitgestellt haben. Es scheint, dass die einzige Feuerwehr, die wir an dem Ort haben, verzeiht... Die einzige, die wir an dem Ort haben, die wir an der Handdrucksspritzen kennen gelernt haben, die gesagt haben, wir haben uns gern unterstützt bei unserem Feuerwehr-Test. Die Handdrucksspritze! Die Handdrucksspritze ist noch ein bisschen älter als unsere. 1883, sehen Sie, ist der Verein gegründet, ist 1880 die Handdrucksspritze gebaut, anderes Paprikat aus Bitterfeld, während unsere Handdrucksspritze ja... Wenn Sie mit der Stoppuhr mitgestoppt haben die Zeit, werden Sie merken, viel schneller als unsere sind sie auch nicht. Obwohl sie weit angereist sind, auch... Hier ist der Brandherr! Hier ist der Brandherr! Hier ist der Brandherr! Das Augenball, es war ordentlich ganz so mit der Wasserentnahmestelle, es ist immer schwer abzuschätzen, man hat wenig Schlauchmilch, wie kriegt man das Ding daneben? Durchhängen darf er nicht, liegen muss er. Kamerad, ich hab's fertig! Again, hier favorites! Ich hab's fertig. Komm! Serien! virat笽! acyuck! Drei! correspondence Nick Neun designs? Boven, bitte? Dann die entsprechende Technik zum Einsatz bringen kann. Zumindest sind sie erst mal lauter, ne? Lauter sind sie auf jeden Fall. Ob sie jetzt schneller sind, werden wir es versehen. Das letzte paar Fahrzeuger von der Gemeinde Schachtbaden heißt, Franklisch-Fahrzeug 724, aus dem normalen Freiraum der Handflussgriffe von 150, 200 Meter lang. Das Franklisch-Fahrzeug kann natürlich 1.000 bis 100 Meter in die entsprechende Uhrfeite bringen. Dreimann-Besatzung sieht dann die ganze Sache. Hier, Wasserhals, Wasserhals. Händer, geh mal hin auf, das ist eine Worte einfach.